wir kommen zurück bestellung unboxing wieder und diesmal haben ja matrix der neuesten jetzt habe ich wenigsten alle teile ihr könnt ihr alles nachschauen bei meinen dann haben wir das war bei die 22 euro dabei bei die vier bruis dem was ich ausgewählt habe hätte ich eigentlich über 40 sein müssen 46 44 habe ich jetzt 22 euro bezahlt für alle vier habe ich billiger bekommen und das ist der highlander der erste teil ich krieg das jetzt mal in der auftrage obwohl es jetzt auf geht 1 1 gut die die bue und jetzt fragt es hier was ist das jetzt 2,1 preis meine sammlung wird immer besser die serien habe ich auch schon so viel ich bin noch ich hatte noch ein paar serien auch noch komplett boxen aber ich sage mal serien habe ich schon jede menge das wisst ihr ja und filme habe ich auch schon so viel ich habe auch wieder bei prime wieder neue filme ich will auch merkt schon was ich gehört in der neuesten welt zulegen auf prime wieder demnächst in einem monat jetzt ja jeder weiß der was im 90er die filme geschaut hat der weiß was das unglaublich ist was ich da schon hab an serien und filme und so und ja das war das unboxing jo und da mag ich mir heute noch einen schönen kinoamt und jo das wird richtig geil werden ich freue mich schon und schweißig wird gibt es jetzt auch auf 4k will ich mir vielleicht den zulegen auf prime video schweißig wird ist der neuesten film und ja ich werde sicher eine woche vielleicht wieder mal die nächsten lage vielleicht heute morgen übermorgen wieder mal prime video bieten wieder machen so eine filme und bis dahin sage ich noch bis morgen kommen wieder zwei filme einer auf englisch which den gibt es nämlich nur auf englisch besser als veganix war auf deutsch finde ich denn nirgends und dann kommt noch einen film habe ich morgen auch noch denn denn ich bekomme und das ist die dumen show genau jo dann machen wir morgen wieder anbocken von der zwei und vielleicht mal noch drei wieder dazu zu den zwei filmen jo und hat rein tschüss tschau jo